Hatter, ich werde ihn von hinten angreifen. Lenke ihn so lange. Was ist denn das cooles? Alter geil! Ja! Juhu, rutschen, yippie! Ja, nochmal rutschen! Ja! Was mach ich da? Scheiße, ich muss mich konzentrieren! Aua! Oh ähm, scheiße äh, du hast ihn schon vor mir getötet! Ich ähm, Hatter, ich hab aus Versehen auf dich geschossen! Äh, Hatter! Oh fuck! It's a prank! Muhahahahaha! Alter, du musstest mal dein Gesicht sehen, wie du geguckt hast! Hahahaha! Oh Mann, Muhahaha! Du zierst ja schlechter als meine Großmutter! Titanic! Bei den Urletten! Was? Titanic, wovon redest du? Und was führt los, Alter? Endlich! Am Moment Herr Alparstein, ich rate Ihnen an sich eine neue Identität zu beschaffen, wie wärs mit Alpar Popo? Ach egal! Bankautomaten Fan Hatter, komm mal her! Was auch immer die gemacht haben! Es muss wichtig sein! Herb! Du kennst mich ja! Ich liebe Abendheuer! Puh! Wo sind wir? Was ist das für ein Ort? Was diese Hacker alles können! Was? Zur! Es gab zwei Angreifer bei Mech, komme! Er muss hier irgendwo sein! Am besten suchen wir ihn, er muss hin sein! Du gehst dorthin und ich da! Nein, spring nicht! Kein Schritt näher! Ich lass los! Sie sollen nicht springen! Jetzt bleiben Sie schon weg! Was wollen Sie überhaupt? Das geht Sie doch gar nichts an! Das Wasser ist zu kalt, um zu springen! Wie kalt? Es fühlt sich an, als wenn ich tausend Nadeln stechen würde! Wart! Hier sind Leute, vielleicht können die mir weiterhelfen! Jetzt gehen Sie schon! Ja komm, nimm meine Hand! Ich zieh Sie hier rüber! Bleiben Sie wo Sie sind! Sind Sie verrückt oder so? Sie verwirren mich! Jetzt bitte gehen Sie! Ich bin doch nicht derjenige, der vom Schiff springen will! Jetzt nimm meine Hand! Vom Schiff springen ist doch sowas von 2012! Sogar ich bin mal von einem Schiff runtergesprungen! Aber naja, ich konnte leider nicht schwimmen! Da musste ich doch noch gerettet werden! Danach habe ich ganz doll geweint, aber zum Glück hatte ich meinen Kuschelbär gehabt, der mir der Weihnachtsmann gegeben hatte! Ach wie schön! Naja, aber deswegen bin ich nicht her! Ich suche einen Mann! Ungefähr so groß wie ähm, wie wir alle! Und er hat eine Maske an! Haben Sie so eine Person gesehen? Und nein, nicht ich! Eine schwarz-weiß Maske mit... Oh mein Kumpel hat mich gerufen! Entschuldigung für die Störung! Ciao Leute! Vom Schiff springen ist 2012! Na gut... Also äh, danke für alles! Wir sollten nicht mit Leuten reden! Vielleicht könnten wir aus Versehen Dinge verändern, die in unserer Zukunft gefährlich sein könnten! Kann schon sein! Aber stell dir vor! Vielleicht müssen wir hin sein! Vielleicht ist das eine Art Schicksal! Vielleicht gäbe es ohne unsere Anwesenheit eine gefährliche Veränderung in der Zukunft! Vielleicht sind wir Teil dieser Geschichte! Bankautomaten-Fan-Hater! Boss! Oh Scheiße, wir sind hier! Da ist der zweite Hacker! Dort da vorne! Der ist noch auf dem Schiff! Shihagi! Versuch's ihn irgendwo zu flankieren! Achter Dissert! Dann Aujourd'ur! So, jetzt nicht wieder los. Es geht schon um Lose. Während der Zachtre arbeiteten. Der wird ein Verkauf in der Niedade verhören. Sagen auf den Untergrund-Grägern! Tила Dissert! Niedade! Schiff! O! Es ist immer noch kein Neues! Es ist immer noch kein Neues-Experte! Da gibt es noch kein Neues-Experte! Erwer! O! Ein Erwer! Stehen bleiben Hacker Gib auf es ist vorbei Wir haben dich eingekesselt Ihr hässlichen Wichskorbold Ihr lässt mir ja wohl keine andere Wahl Friss diese Scheiße Die Schilderung Vielen Dank.